Hallo und willkommen zum Verlosungsvideo vom 5.000 Abospecial. Das bedeutet, wir haben 6.000 Abonnenten. Vielen, 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 vielen Dank dafür an die 1.000 mehr, die jetzt schon dazugekommen sind. Und willkommen auf dem Kanal. Brav weitersagen, dann quasi werden es noch irgendwann mal mehr. Vorab noch kurz, wer so eine schicke Autogrammkarte haben will von mir. Gibt es exklusiv nur bei GIF-A-Base oder gab es bei GIF-A-Base. Ich glaube, ich packe es nicht mehr dazu. Und exklusiv auf Messen. Make-A-Fair Berlin, 25. bis 27. Mai. Da könnt ihr mich besuchen. Link unten und im Discord gibt es einen Gutscheincode. Dann kostet das Ticket 9 Euro statt 15 Euro. Und das Wochenende drauf, Make-A-Fair Bodensee. Also zur Auslosung habe ich mal so ein Tool googelt. YouTube-pick.heroku.com Weil man kann hier quasi einen Link eingeben zum Video. Dann klickt man auf Fetch-Comments. Es sind nur 55 Kommentare da. Vielen Dank dafür. Es sind schon ein paar. Und da kann man hier nämlich einstellen, dass er fünf Gewinner gleichzeitig ziehen soll. Drückt auf Run-Picker und dann zieht er quasi die Gewinner. Ja, hat einen kleinen Nachteil. Und zwar, wenn ich da jetzt drauf drücke, sind gleich die Gewinner da. Und der erste ganz oben. Und das ist doof. Also ich gucke weg. Ich scrolle gleich nach unten. Für euch verpixel ich es, damit ihr nicht seht, wer gewonnen hat auf Anhieb. Damit es ein bisschen spannend wird. So, dann ziehe ich mal einen Gewinner und gucke weg dabei. So, scroll, 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 scroll. Toll. Bluebird. Bluebird. Bluebird hat gewonnen. Mein Glückwunsch. Alles Gute. Weitere 5.000 Follower und dann auch weitere 5.000 Videos. Ähm. Vierter Platz. Gutschein von PCBW war der vierte Platz. Herzlichen Glückwunsch dazu. Auch da 20 Dollar Gutschein. Vielleicht 30 Dollar. Ich verhandle mal mit denen, was ich da so kriegen kann. Wie man da überhaupt einen Gutschein kriegen kann. Keine Ahnung. Habe ich mir vorher nicht überlegt. Platz Nummer 3. Ein E-Hajo-T-Shirt. Also entweder ihr könnt euch das hier aussuchen. Das ist das Aktuelle aus dem Shop. Oder ihr könnt euch das vom Follower-Special aussuchen, wenn ihr wollt. Das wäre das mit dem großen E. Also das kann jeder kaufen. Das E ist Spezial. Da gibt es 20 Stück oder so. Ungefähr. Plus Minus. Das hat gewonnen. Demio. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Sehr coole Infos sind mal echte Wahrheiten. Geil weiter so. Macht mir sehr viel Spaß zuzuschauen. Vor allem abgeschnitten. Demio. Also Bluebird habe ich schon mal gelesen. Bitbear kommt mir auch bekannt vor. Demio habe ich noch nie gelesen. Platz Nummer 2. Was oder? Platz Nummer 2. Das Bild. Das große Bild mit dem Switch-Layout-Dingens drauf geht an. Sanja0086. Das ist ein vollkommen unbekannter Name. Na egal. Sanja. Klingt weiblich. Herzlichen Glückwunsch zum Bild. Hoffentlich hast du einen schönen Platz, um es aufzuhalten. Es ist nämlich nicht klein. Es ist relativ groß. Und Platz Nummer 1. Der 3D-Drucker von Konrad. Rankforce RF100 geht an... Bloody Mary. Herzlichen Glückwunsch. Boah, das Bild ist schon echt nice. Würde trotzdem gerne den Drucker gewinnen. Naja, Hauptsache die Tage beim Discord hast du noch geschrieben. Du würdest gerne das Bild gewinnen. Jetzt kriegst du einen Drucker. Na toll. Kannst du ja auch gerne tauschen. Also wahlweise kannst du ja auch dich hier zusammentauschen. Wenn du lieber das Bild hättest, wie den Drucker. Herzlichen Glückwunsch allen 5 Gewinnern. Bitbear, Bluebird, Demio, Sanja und Bloody Mary. GG well played. Und weil wir gerade bei GG well played sind. Sehr schön. Ich habe hier noch YouTube Pick aufgemacht. Ich mache das jetzt mal aktuell. Fetch in Comments. Ich mache es jetzt nochmal schnell aktuell. Das hier. Jetzt hat das. Das hier ist das Steam Link Opening. Da gibt es ja auch ein GVW. Da verlose ich jetzt auch einfach direkt an eine Person in dem Fall. Ja, an eine Person. Das Steam Link. Weil, passt von der Zeit her. Ungefähr 2 Wochen her das Video. Denn Steam Link gewonnen hat. Keep It's Mirrors Edge. Kenne ich nicht. Kenne ich leider gar nicht. Ich bin erstaunt, dass so wenig Leute PUBG spielen. Wenn sich Keep It's nicht melden sollte, sehe ich einen neuen Gewinner. Vielen Dank Leute fürs Reinschauen. Und viel Spaß mit den GVWs. Bis bald. Tschau. 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 Zoom.